Es fühlt sich an wie eine Mischung aus Hollywood und Moviepark, wenn man das ehemalige hr-Sendestudio in Kassel betritt. Futuristisch, innovativ und irgendwie auch total spacig. Aus dem alten Fernsehstudio ist ein sog. Superroom geworden. Realität und Fiktion scheinen hier miteinander zu verschmelzen. Wir bewegen uns in einer virtuellen Welt. Wir können ganz viele Sachen virtuell machen. Man sieht es hier ein bisschen im Hintergrund. Wenn man es dann den Livestream sieht, sieht das alles ein bisschen besser aus. Je abstrakter, desto besser. Wenn man reale Welten will, das geht auch. Kann ich einfach mal übergehen. Muss ich mich noch ein bisschen weiter klicken. Das wäre der Mond, der jetzt dann gleich zum Himmel fliegt. Real während unseres Interviews steht Klaus vor einer riesigen LED-Wand. Bearbeitet sieht das Bild dann so aus. Klaus in endlosen Weiten. Ich bin total verkabelt aus mehreren Gründen. Zum einen, damit ich perfekt ausgeleuchtet bin. Fangen wir mal ganz vorne an. Da habe ich hier hinten ein Tracking-System dran. Das heißt, die Lichter folgen mir. Zusätzlich werde ich getrackt mit einem Motion-Capture-Anzug, den ich unten drunter tage. Das ist eine Art von Ski-Anzug mit ganz vielen Sensoren. Und der trackt meine komplette Bewegung. Das heißt, wenn ich Motion-Capturing mache, kann ich wie in großen Kinofilmen, wenn es Avatare gibt, 3D-Modelle, kann ich die komplett steuern. Echte Personen und Objekte können so innerhalb eines virtuellen Raums dargestellt werden. Extended Reality nennt sich diese neuartige Technologie, zu Deutsch erweiterte Realität. Dahinter stecken die Firma Ambion aus Kassel und eine Berliner Produktionsfirma. Der Blick hier in die Regieräumlichkeiten zeigt auch nochmal, wie sinnvoll es ist, etwas an einem festen Standort zu produzieren. Weil grundsätzlich sind wir gewohnt, Dinge mobil zu betreiben. Wir können so einen Studiokontext auch zu einem Kunden bringen. Aber es ist natürlich sehr aufwendig, alles neu zu errichten und zu kalibrieren. Und die Möglichkeiten sind nahezu unendlich. Die Technologie dahinter ist momentan aber auch wirklich noch sehr komplex. Rund zwei Jahre hat die Fertigstellung des Superrooms gedauert. Jetzt ist er endlich spielbereit und kann beispielsweise von anderen Unternehmen gebucht werden. Ich persönlich bin gerade noch so ein bisschen überfordert, weil es natürlich eine ganze Menge im Kopf anstößt, was man da letztendlich raus machen kann. Das ist schon sehr beeindruckend, was da für eine Qualität möglich ist. Und das hier in Kassel finde ich natürlich absolut bombastisch. Ob Präsentationen, Konferenzen, Messen oder Konzerte, nahezu alles ist möglich. Und das ist natürlich, sagen die Macher des Superrooms. Fiktion oder Realität? In Kassel eröffnen sich für Unternehmen ganz neue digitale Welten. Im Kassel Untertitelung des ZDF, 2020